WLAN in Klassenzimmern, interaktive Lerninhalte und Whiteboards statt Tafeln. Die Schulen in Deutschland sollen digitaler werden. Nach dem Bundestag hat heute auch der Bundesrat eine Änderung des Grundgesetzes gebilligt und den Weg freigemacht für den Digitalpakt Schule. 5 Mrd. Euro will der Bund den Ländern für neue Ausstattung zur Verfügung stellen, verbunden mit der Hoffnung, dass sie den Rückstand bei der digitalen Entwicklung wieder aufholen. Der Digitalpakt scheint also wirklich zu kommen. Was Schüler wie am besten lernen und können sollten, dazu forscht das IFO-Zentrum für Bildungsökonomik in München. Uns zugeschaltet ist jetzt der Leiter, Ludger Wössmann. Ich grüße Sie. Hallo. Herr Wössmann, 5 Mrd. Euro sollen an Schulen gehen. Und man liest immer wieder, dass davon dann iPads und Computer gekauft werden sollen. Wofür sollten Schulen das Geld Ihrer Meinung nach ausgeben? Ja, wenn ich jetzt zunächst mal im Rahmen dessen, was im Digitalpakt möglich ist, bleiben sollte, dann würde ich sagen, wir sollten jetzt versuchen, wirklich alle Schulklassen in allen Schulen mit vernünftigen WLAN auszustatten, dass sozusagen da die Verknüpfung da ist und in alle Schulklassen Whiteboards, also interaktive Tafeln zu bringen und darüber hinaus landesweite Schulclows einzurichten, sodass wir eine Vernetzung bekommen und die Schulen die Möglichkeit haben, dort auch digitale Unterrichtsmittel zu finden. Decken diese 5 Mrd. Euro denn alles ab, was Ihrer Meinung nach gekauft werden muss? Nee, das kann es sicherlich nicht sein. Wenn man das mal runterbricht, es sind letztendlich 137.000 Euro pro Schule über die 5 Jahre oder auf den einzelnen Schüler gerechnet, 500 Euro in 5 Jahren. Wir geben insgesamt pro Schüler und Jahr 7.700 Euro aus. Das heißt, diese Mittel sind natürlich nicht nichts, aber sie werden auch die Schulen nicht revolutionieren. Es fehlt natürlich viel mehr als das, was jetzt dort ausgegeben werden kann. Und insgesamt haben wir ein ziemlich großes Förderwirrwahl. Das heißt, es ist eigentlich mehr vorgesehen, aber wir machen das wieder so kompliziert, wie wir das nur in Deutschland hinbekommen. Wenn man zum Beispiel ans Glasfasernetz angeschlossen werden will, dann wird das nicht mit dem gleichen Antrag im Digitalpakt gefördert, sondern man muss einen separaten Antrag beim Bundesverkehrsministerium, also auch beim Bund stellen. Wenn es dann darum geht, dass wirklich alle Schulen Endgeräte, Tablets, Laptops bekommen, dann ist das Aufgabe, je nachdem, der Länder oder der Schulträger, das kann jedes Land selber definieren, wer dafür zuständig ist. In Ausnahmefällen, aber nur sehr beschränken, ist das vielleicht auch im Digitalpakt möglich. Also wir brauchen Glasfaseranschluss, wir brauchen Endgeräte und wir brauchen natürlich aber auch Personal, das diese Geräte wartet und instandsetzt, also IT-Beauftragte. Da sehe ich keine bundesweiten Konzepte, wie wir das sicherstellen können. Geld ist nicht alles. Welche Weichen müssen aus Ihrer Sicht noch gestellt werden? Ja, ich glaube insgesamt, wir haben das gerade schon noch ein bisschen gesehen, müssen wir mal versuchen, das ein bisschen zu entbürokratisieren. Wir haben jetzt die Grundgesetzänderung, aber damit ist das Geld ja immer noch nicht da und selbst dafür haben wir jetzt mehrere Jahre gebraucht. Als nächstes muss es eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Länder geben. Dann muss jedes Land selber Förderrichtlinien aufschreiben und dann müssen die Schulen oder die Schulträger jeweils, das sind zumeist die Gemeinden, die Mittel bei den Ländern extra beantragen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, das wird alles noch sehr lange dauern. Die große Hoffnung ist, dass erste Schulen noch in diesem Jahr erste Investitionen werden treffen können. Aber die Realität ist, das wird bei den meisten Schulen nicht da sein. Es wird, glaube ich, nirgendwo so sein, dass wir durch diese Mittel zu Beginn des nächsten Schuljahres wirklich vorangekommen sind. Und dann haben wir bis jetzt ja wirklich nur über das Geld gesprochen. Viel wichtiger ist letztendlich, dass wir digitale Unterrichtskonzepte brauchen. Wie wir uns überlegen, wie kann denn digitaler Unterricht ausgestaltet sein? Wie ist das wirklich so, damit die Kinder und Jugendliche davon profitieren? Dafür braucht man da auch entsprechende Software. Auch da sind wir eigentlich erst so am Anfang von Prozessen genauer zu verstehen, welche Dinge denn wirklich nützlich sind und welche vielleicht eher schädlich. Und vielleicht am allerwichtigsten, dann brauchen wir halt die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte. Denn ohne die wird das überhaupt nicht funktionieren. Da ist in vielen Bereichen großer Wille da. Aber ich sehe keine ausgereiften Konzepte, wie wir jetzt auf breiter Front die Fortbildung hier umsetzen können. Deutschland hat immer noch Probleme bei der Chancengleichheit. Könnte der Digitalpakt denn helfen, das zu ändern? Ja, da gibt es wahrscheinlich gegenläufige Mechanismen. Einerseits ist es so, dass man hoffen könnte, dass eben Kinder und Familien, die nicht so viel Mittel haben, eigentlich jetzt viel leichter Unterrichtskonzepte, irgendwelche Lerninhalte im Internet finden können. Und wenn sie die entsprechenden Kompetenzen in den Schulen vermittelt bekommen, das viel leichter sich selbst vermitteln können. Andersrum gedreht ist es natürlich auch so, dass die Familien, die eh schon stärker unterstützen, vielleicht durch diese Digitalisierung noch stärker die Möglichkeiten haben, ihre Kinder zu fördern. Und wenn wir dann zurückkommen auf das, was wir gerade besprochen haben, die einzelnen Schulträger müssen beantragen, da ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass diejenigen, die mehr Kapazitäten haben, in Wohngebieten, wo es eh schon besser aussieht, schneller sind und besser es hinbekommen, diese Mittel zu beantragen. Das könnte sogar die Schere aufschneiden lassen. Darum ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass die Bundesländer an zentraler Stelle Digitalisierungskonzepte ausarbeiten, wo halt drinsteht, welche Mittel können wir nehmen, am besten so zwei, drei verschiedene. Die einzelnen Schulen können daraus auswerden, aber wir müssen hier die Schulen entlasten, vor allem auch von den rechtlichen Problemen, von den Fragen des Datenschutzes. Das kann nicht jede Schule selbst entscheiden. Da müssen wir eigentlich schauen, dass wir zentrale Konzepte bekommen. Vielen Dank.